Das Krebsgeschwür der Deutschen wuchert in Europa wie eine Plage. Der grausame Vorstoß in unserer Heimat kostet Männer, Frauen und Kinder das Leben. Die Arroganz ihrer Herrscher wird nur noch von der Brutalität ihrer Soldaten übertroffen. Dies sind die dunkelsten Stunden der Besatzung von Stalingrad. Die Arroganz. 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 Ich brauche Hilfe. Tue, was ich sage, und wir rächeln dieses Massaker. Ich kann mit meiner Handverletzung nicht ziehen. Das musst du tun. Nimm ein Gewehr und beobachte die Straße. Der Mudak im Wagen ist General Heinrich Amsel. Das Elend von Stalingrad geht auf sein Konto. Er ist für kaltblütige Morde an Männern, Frauen und Kindern verantwortlich. Nicht nur hier, sondern in ganz Russland. Ich bin schon seit drei Tagen hinter ihm her. Und seitdem ist es reines Glück, dass er noch lebt. Das ist wie die Jagd auf ein gefährliches, wildes Tier. Wenn du im falschen Augenblick schießt, verlierst du deine Chance für immer. Geduld! Wenn uns Amsels Männer bemerken, werden wir in diesem Brunnen sterben. So, lade das Gewehr, aber warte noch. Warte, bis die Bomber direkt über uns sind. Der Motorenlärm wird einen Schuss übertünchen. Bereit! Jetzt schießen! Jetzt schießen! Come on! Die Elektro-Gauss! Sieh! Sieh, 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 Sieh! Sieh, 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 Sieh! Sieh, 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 Sieh! Seit Tagen quiche ich mir durch die Schatten. Nun würde man hier gesprächen, Freund. Verliebt. Erst nicht mehr. Laufst du. Meines Tages werben sich die Dinge. Wir werden die Lampen bestehen. Ihre Leute sterben. Wir bluten die Wissen. Hier entlang. Man muss die Gewohnheit dort bewegen, wenn der Volk ist. Ja. General Amser ist ein Gewohnheitstier. Er inspiziert jeden Tag jede der deutschen Garison. Durch dieses Gebäude können wir ihn flankieren. Scharf, Schütze! Reiter, los! Passt zu der Bekämpfisch. Die müssen ihn loswerden. Ich wollte weiterkommen. Wir nach! Der Schuss kam vom anderen Ufer. Na, was gewollte mit den Fahnen? Jetzt spielen wir Katz und Maus. Ich spüre Köder. Achte auf sein. Bereit. Jetzt! Erster Stock! Linke Seite! Ich lenke wieder sein Feuer auf mich. Schalte ihn dann aus! Schau! Schau! Ich habe ihn gesehen. Er weiß genau, wo wir sind. Das ist zu riskant. Du musst ihn jetzt so finden. Aus dem Licht bleiben. Wenn er es liegt, los! Er hat die Kentex. Prima zum Fenster. Er hat die Kentex. 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 Das war's für heute. Drittet! Britta, Blüten! Gehe in eine neue Position! Erfolg, Kartejahre! Die Patrouillen werden die Schüsse gehört haben. Wir müssen weg!